Also wenn die Polizei diese scheiß Faschisten nicht einmal klar macht, dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, korrupte Polizei, absolut korrupte Polizei, was ist denn hier los? Da wird es Aufsichtsbeschwerden geben, die ist Aufsichtsbeschwerden, Feststellungsklage, ich habe jemanden der Zeit nur Polizisten gerne an, mit dem werde ich aber dann mal telefonieren, der schaut nämlich die Live-Streams mit, das werden wir dann mal klar machen, was hier los ist. Wir werden hier von den Faschisten angegriffen täglich, beschossen, unsere Leute werden niedergeschlagen. Der Hohensohn versucht die Israel-Fahne zu klauen, das gibt es ja wohl gar nicht. Was sind wir denn hier? Hier kommen wir wieder her, wir werden wieder kommen. Das war's. Dschel Appetit Sih Venet